Du begeisterst Dich für große Maschinen und Anlagen? Du wirst eigenständig arbeiten und hast Lust mit anzupacken? Als Mechatroniker bist Du ein richtiger Allrounder. Bei uns entstehen aus vielen kleinen Teilen innovative Hightech-Anlagen. Damit alles zusammenpasst, wird Präzision und Teamwork gefordert. Du wirst ein handrechtliches Geschick und technisches Verständnis herausfordern? Bei uns wirkst Du mit jeder Aufgabe und hast die Möglichkeit, Deine eigenen Interessen umzusetzen. Hier wird es wirklich nie langweilig!